Ein kaputtes System. Der Maja Kowalski-Fall. Anthony William, Medical Medium. Ich wollte nur kurz auf die Nachricht über Maja Kowalski eingehen, die wir gestern Abend hier hatten, und wie wichtig sie ist. Ich weiß nicht, ob einige von euch die Gelegenheit hatten, die Netflix-Doku über Maja anzuschauen und was mit ihrer Familie und ihrer Mutter passiert ist. Deshalb wollte ich ein bisschen darüber reden, weil es wirklich eine große Sache ist. Und ich werde euch eine Reihe von Gründen nennen, warum das so wichtig ist. Zum einen hat Maja den Prozess gewonnen. Gott sei Dank, dass ihr Gerechtigkeit widerfahren ist. Das war aus so vielen Gründen sehr wichtig. Sie haben gekämpft und gelitten. Unsägliches Leid. Aber ich wollte darüber sprechen, was im Laufe der Jahrzehnte passiert. Ich habe es da draußen gesehen und auch mit befreundeten Ärzten gesprochen. Ich habe im Laufe der Jahre mit Familien gesprochen über mysteriöse Krankheiten, CRPS oder andere mysteriöse Symptome, neurologische Symptome und dergleichen. Jedes Mal, wenn es sich um ein Kind handelt, kann alles Mögliche schiefgehen. Das System wurde eingerichtet, um Eltern oder Angehörige zu treffen, sie ins Visier zu nehmen. Das passiert oft, auch in letzter Zeit. Deshalb war dieser Fall so wichtig. Er wird die Geschichte verändern. Das, was hier gerade passiert, ist historisch. Und für die chronisch Kranken ist es ein großer Sieg, ein riesiger Sieg. Was passiert, wenn ein Kind krank wird und die Symptome falsch verstanden werden? Es ist verwirrend, die Ärzte sehen sich das Kind an. Sie können keine wirkliche Antwort darauf finden, warum es Schmerzen oder Leiden hat. Also suchen sie nach anderen Antworten, außerhalb des Kindes. Also beginnen sie sich die Mutter anzuschauen. Sie beginnen sich den Vater anzuschauen. Sie schauen sich die Tanten und Onkel an. Und sie beginnen dann wirklich misstrauisch zu werden gegenüber den Angehörigen und Familienmitgliedern. Wenn die Mutter zu besorgt oder übermäßig besorgt ist und sich wirklich um ihre Tochter oder ihren Sohn kümmert, wird das System misstrauisch. Wenn eine Mutter übermäßig beschützend ist, wie ein Mauerbär, weil sie weiß, dass ihr Kind gelitten hat, weil sie ihr Kind schon zu vielen Ärzten gebracht hat, weil sie jahrelang in Krankenhäusern ein- und ausgegangen ist, weil sie all das mit ihrem Kind durchgemacht hat und das Kind immer noch leidet. Das Kind leidet seelisch und körperlich. Es leidet unter ernsten neurologischen Symptomen, die rätselhaft sind. Das kann von Migräne, Überzuckungen und Krämpfe bis hin zu schwerer chronischer Müdigkeit und CRPS reichen. Was passiert ist? Dass das System verwirrt wird. Sie missverstehen die Schmerzen des Kindes. Sie erkennen die Schmerzen des Kindes nicht. Sie führen die Tests durch, die dem System nur zur Verfügung stehen. Und wenn bei den Tests herauskommt, dass die Werte in Ordnung sind, können sie nichts tun. Und wenn das Kind immer noch leidet, suchen sie nach anderen Dingen und sprechen mit den Eltern. Oft versuchen sie dann, die Eltern von ihrem Kind fernzuhalten. Dann sitzt das Kind im Krankenhaus fest. Oder sie stecken das Kind sogar in eine Pflegefamilie mit Fremden, während die liebevollsten Eltern absichtlich ferngehalten werden. Ich habe das im Laufe der Jahre immer wieder erlebt. Ärzte und auch andere Gesundheitsdienstleister haben mir im Laufe der Jahre davon erzählt, ebenso wie andere Fachleute. Und die Mutter und der Vater werden ins Visier genommen oder einer von ihnen. Und dann sagen sie, es sei Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Sie sagen dann, dass die Mutter oder der Vater die Schmerzen und das Leid verursachen. Entweder erfinden sie die Schmerzen und das Leiden oder sie verursachen die Symptome absichtlich. Und es wird dann zu diesem Kindesmissbrauch. So wird die Geschichte erzählt. Das System ist also so aufgebaut, sich das anzuschauen, das zu untersuchen. Dann kommen die Sozialarbeiter und die Psychiater ins Spiel und sie alle haben dieses Ziel vor Augen. Die Eltern haben diese Zielscheibe auf ihrem Rücken. Und ich habe das erlebt und es ist verheerend, weil die Eltern jetzt zu Tode erschrocken sind. Jeder Schritt, den sie machen, alles, was sie sagen, kann gegen sie verwendet werden. Jede Art von zusätzlicher Fürsorge, die sie ihrem Kind angedeihen lassen wollen, wenn sie den Krankenschwestern oder dem Arzt sagen möchten, Schaut mal, unser Kind mag dies oder es mag das oder Dieses Medikament hat bei unserem Kind nicht gewirkt, das haben wir schon ausprobiert. Und dann sagt der Arzt, nein, sie müssen uns zuhören. Wir sagen ihnen, welches Medikament wir verschreiben und das wird ihre Tochter oder ihr Sohn bekommen. Und die Eltern sagen, aber auf dieses Medikament hat mein Kind letztes Jahr schlecht reagiert. Ich gebe euch Beispiele dafür, was ich im Laufe der Jahre von Ärzten und Gesundheitsdienstleistern erfahren habe. Und auf einmal sind die Eltern zu sehr involviert, sagen sie. Es gibt dieses ganze Misstrauen und dann heißt es Münchhausen. Das ist die Diagnose. Das ist Hunderte und Hunderte und Hunderte, eigentlich tausende Male passiert. Und es hat Familien zerstört. Es hat die Kinder zerstört, die krank sind. Und die Teenager zerstört, die krank sind. Und es hat junge Erwachsene zerstört. Es hat viele Menschen zerstört. Es hat Familien und Eltern über Jahrzehnte hinweg zerstört. Und es ist eine weit verbreitete Praxis. Und sie ist unantastbar. Sie ist vor dem Gesetz unantastbar. Alles, was passieren muss, ist eine Glocke, die einfach läutet. Und es ist vorbei für die Eltern und für das Kind. Durch einfache Fehler. Weil sie schützend oder übervorsichtig sind. Weil die mysteriösen Symptome so verwirrend sind. So kommt es, dass mysteriöse neurologische Symptome das medizinische System total verwirren. Weil sie nicht wissen, warum ein Kind leidet, obwohl die Blutuntersuchungen doch gut aussehen. Sie machen die MRTs und CTs, alles sieht gut aus. Und am Ende heißt es dann, wir wissen nicht, warum deine Tochter oder dein Sohn diese Schmerzen hat. Und so wird es zu einer mysteriösen Krankheit. Und jeder noch so kleine Verdacht gegen die Mutter oder den Vater bringt alles zum Einsturz und die Familie wird beobachtet. Dann kommt das Jugendamt, der Staat ins Spiel. Und dann tun sie Dinge. Wie zum Beispiel die Familienmitglieder zu trennen. Sie haben die volle Kontrolle. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Es gibt keine Möglichkeit zu gewinnen. Es gab nie eine Möglichkeit zu gewinnen. Familien wurden zerstört. Und so funktioniert das medizinische System. Deshalb ist das hier so groß. So gewaltig. Dieser Sieg sagt aus, das könnt ihr nicht tun. Ihr müsst vorsichtig sein. Und könnt das unseren Familien nicht mehr antun. Das ist es, was dies bedeutet. Das ist der Sieg aller Siege. So gewaltig. Das sollte überall verkündet werden. Es sollte eigentlich jeden Tag in den Nachrichten sein. Überall. Anstatt nur hier und da aufzutauchen. Denn es ist so wichtig für chronisch Kranke. So wichtig für die Zukunft der chronisch Kranken. Denn was gerade passiert ist, während die Menschen immer kränker werden, sinkt die Lebenserwartung. Spirit of Compassion hat mir schon vor Jahren gesagt, dass die Lebenserwartung sinkt. Ich habe das damals schon gesagt. Ich habe darüber gesprochen. Ich habe Informationen darüber veröffentlicht. Und jetzt haben sie gerade eine neue Zahl herausgegeben. Sie ist gesunken. Und dann wurden die Zahlen aufgeblasen, weil sie in Wirklichkeit noch viel niedriger sind. Und in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren, werden immer noch mehr Menschen krank werden. Immer mehr jüngere Menschen. Und dann wird es dieses Problem geben, dieses Münchhausen-Problem, bei dem der Staat übernimmt, die Familie trennt, die Familie quält und das Kind nicht die Pflege bekommt, die es braucht. Das Kind bekommt nicht die Liebe, die es braucht. Und dann sind wir wieder da, wo wir waren. Und so viele Menschen werden an neurologischen Problemen erkranken, an mysteriösen Problemen. Das passiert schon jetzt, ist schon passiert. Aber so viele Menschen werden noch, und es wird nur dieses Systerium sein, das all diese Symptome umhüllt, die als Angst- und Panikattacken abgetan werden. Oder abgetan als etwas, das an der Familie liegt, das Mutter und Vater viel zu überbehütend und schwierig sind. Und es wird Tausende und Abertausende weitere Trennungen von Familien geben. Und Schuld, die den Eltern gegeben wird. Und deshalb war dieser Fall so wichtig. Es ist ein engelhafter Fall. Er ist göttlich, dieser Fall, dieser Sieg. Er ist so wichtig, dass er dazu beitragen wird, das System ein wenig aufzubrechen, ein wenig zu brechen und es zu korrigieren. Das System zu öffnen. Das Schlechte im System auszujäten. So, dass es ein neues Verständnis gibt. So, dass Menschen wirklich aufpassen und vielleicht zweimal nachdenken, wenn ein krankes Kind und eine Mutter in die Notaufnahme eines Krankenhauses kommen. Und das System überlegt es sich dann zweimal, bevor es alle möglichen verrückten Probleme anpackt, die die Familie trennen und die Kinder, Mütter und Väter noch mehr quälen. Deshalb war es so wichtig, weil es ein Warnzeichen ist für das medizinische System. Haltet eure Pferde zurück. Ihr habt keine Antworten für unsere Kinder. Unsere Kinder sind krank. Denn das ist mit Maya passiert, sie hat gelitten. Es war so lange ein Rätsel, bis sie die Diagnose CRPS erhielt. Aber das Krankenhaus wollte nicht anerkennen, was wirklich los war. Was die Aufzeichnungen der Mutter waren, die Informationen der Mutter. Sie führte unglaubliche Aufzeichnungen über ihr Kind, über die Behandlungen und die Arztbesuche, die Maya hatte. Die Mutter war also eine Expertin für die Gesundheit ihres Kindes. Und dann wurde das alles weggeworfen. Das System hat alles einfach sofort weggeschmissen. Es interessierte sie nicht, was Beata zu sagen hatte. Es interessierte sie nicht, was Mayas Mutter zu sagen hatte. Und das ist im Laufe der Jahre Tausenden von Menschen, Tausenden von Kindern und Eltern passiert, wo die Mutter sofort diskreditiert wurde, sofort. All ihre Aufzeichnungen, all ihre Dokumente, all ihre Erfahrung mit dem Schmerz und dem Leiden ihres Kindes. Ihr Wissen darüber, was ihrem Kind hilft und was nicht. All das wird im Handumdrehen weggeworfen, weil das medizinische System und der Staat die Kontrolle übernimmt. Und die bürokratischen Hürden werden ohne jegliches Mitgefühl für die Situation aufgebaut. Keiner versteht, was los ist. Und so ist das System aufgebaut. Und das ist es, was all die Jahre und Jahrzehnte lang passiert ist. Und deshalb ist dieser Sieg einfach unglaublich. Unglaublich. Ich kann jetzt nicht genug darüber reden. Wenn ihr also die Gelegenheit habt, könnt ihr euch die Netflix-Dokumentation über Maya Kowalski und ihre Familie ansehen. Wie auch immer, ihr wisst, dass ich wirklich stolz auf euch alle bin. Und ich weiß, dass viele von euch so viel wissen, weil ihr Experten seid. Experten für das, was ihr gesehen und erlebt habt, was ihr durchgemacht habt. Und ich weiß, dass viele von euch unter den Teppich gekehrt, missverstanden, falsch eingeschätzt wurden, was eure Symptome und Krankheiten angeht. Und ich weiß, so viele von euch, von den leichtesten Symptomen bis hin zu den schwersten, wurden auf ihrem Weg sehr weit und sehr hart gepusht, gedrängt, unfair beurteilt und missverstanden. Und ich weiß, dass einige von euch wissen, wovon ich spreche. Und einige von euch kennen diese Erfahrungen, von denen ich spreche. Und haben sie selbst in vielerlei Hinsicht erlebt. Wie auch immer, ihr sollt einfach wissen, dass ich mich um euch sorge. Viel Segen. Und ich werde bald eine weitere Nachricht hinterlassen. Ja, das war Anthony Williams' zweite Sprachnachricht zu diesem Thema. Ich möchte noch anfügen, dass ich hoffe, dass nicht diejenigen, die wirklichen Missbrauch in ihren Familien erlebt haben, dass die sich hier nicht getriggert fühlen, die sich vielleicht ein Eingreifen des Jugendamtes in ihrem Fall gewünscht hätten. Aber was Anthony hier sagt, ist in meinen Augen hundertprozentig richtig. Und das betrifft auch viele andere Institutionen, die der Staat installiert hat, die weltweit installiert wurden. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Anthony dezidiert gesagt hat, dass das ein wichtiger Sieg ist, der Dinge verändern wird. Und seine Arbeit und auch die Bemühungen vieler anderer Menschen in den ganzen letzten Jahren, das trägt Früchte. Und dieser jungen Frau, ihrem Bruder und ihrem Vater, die mich wirklich zutiefst berührt haben, möchte ich von hier aus alles nur erdenklich Gute wünschen und dass ihre Wunden mit Gottes Hilfe heilen. Also ich finde, sie haben den Tod ihrer Mutter, den Tod einer Ehefrau, in etwas Gutes für die Welt verwandelt. und ihnen gebührt großer Dank und tiefste Wertschätzung. Ich danke euch fürs Zuhören und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.